Ende November 2019 fand die feierliche Eröffnung der 3K Connection in Kaprunn statt. Die Maiskogelbahn und die neue 3K Connection, über die Länge von 8 Kilometern zwischen dem Ortszentrum und der Station Kitzsteinhorn-Langbied, war auf 2000 Meter in mystisches Licht gehüllt. 81,5 Millionen Euro flossen in die jüngsten Investitionen. Mit der Connection steht nun ein zweiter Einstieg zum Kitzsteinhorn zur Verfügung, neben der Gletscher-Jetline. Zudem wurde der Gratis-Ski- und Doffbus-Service ausgebaut. Die Talstation der 3K Connection liegt auf 1570 Meter, die Bergstation auf 1975. Die Bahn der Firma Doppelmayr ist 4.311 Meter lang. Zum Einsatz kommen 30 Kabinen mit 24 Sitz- und 8 Stehplätzen, sowie zwei Explorer-Kabinen mit 15 Sitzplätzen für Panoramafahrten. Drüttemberg Vestity Vestity Verletz Verletz